In der zweiten Quest, also 2 von 8, sollen wir Enchanted Wood sammeln, auch wieder 5 Stück. Enchanted Wood ist verzaubertes Holz und ja, wenn wir dieses Ressourcen-Mod drauf haben, ist das dieses Item da mit diesem grünen Teil da drüber, beziehungsweise dieser Baum stumpfen. Davon soll man für 5 Stück sammeln, dafür kriegen wir 20 Dragon Coins. Ich denke mal die Quest vorlesen, das lohnt sich nicht. Also Schritt 2 ist, davon ein paar zu sammeln, Marktplatz und Handelsposten zählen nicht, wir müssen also tatsächlich selber durchrennen oder dagegen hauen, um die zu kriegen. 5 Stück davon ist auch recht schnell gemacht, woher hingeht ist auch relativ egal, die kommen auch in fast die sämtlichen Zonen vor und sämtliche Zonen kommen fast überall vor, von dem her, da haben wir es ja schon fertig. Heute ist Holz-Pflanzen-Farm-Tag, beziehungsweise Farm-Tag an sich, da kriegen wir eh mehr davon. Schauen wir uns doch mal dann sofort die nächste Quest an. Schauen wir uns doch mal.